Herzlich Willkommen bei Medienklagemauer TV. Es ist 19.45 Uhr. Guten Abend. Der Bedrohung der Pharmaindustrie. Und kennst du die Liegen der Kriegstreiber? Doch die Massemedien, sie berichten davon nichts. Sie halten uns im Schlaf gefangen und lenken uns nur ab. Wo? Schau doch endlich den Fäßchen aus. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Schau doch endlich den Fäßchen aus. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Auf Klagemau und TV. Medien, die nicht in den Händen der Kriegstreiber sind. Medien, die nicht gesteuert sind von Macht und Geld. Weißt du, dass Eugenik existiert? Die Elite, die Menschheit reduziert. Oh. Sie manipulieren und patentieren die Gene. Oh. Und du kannst deine Samen nicht mehr sehen. Oh. Doch die Massemedien, die berichten davon nichts. Sie zerstören lieber unsere Werte und lenken uns nur ab. Oh. Hey. Schau doch endlich den Fäßchen aus. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Medien, die nicht in den Händen der Herrscher dieser Sicht. Medien, die nicht gesteuert sind von Macht und Geld. Medien, die die Gegenseite aufzeigen. Damit du dir dein eigenes Bild machen kannst. Medien, die nicht in den Händen der Herrscher dieser Sicht. Endlich freie Medien, die nicht sensieren. Die ihr eigenes Sinn nicht mehr verschleiern. Verstecken, werden verdreht. Darum schau dich ein. Um 1945 Uhr. Auf Medien, Klagemau und TV. Und sieh dir dort täglich den aktuellen Medienkontakt. Schau doch endlich den Fernseher aus. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Schau doch endlich den Fernseher aus. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Schau doch endlich den Fernseher aus. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Wo? Schau dich einmal in Klagemau und TV. Sie hat endlich die freie Medien an. Klagemauer.tv Klagemauer.tv Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.